Zurück Wir brauchen ein Seil Oh nein 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 Ich will doch nicht gegen das Kämpfen Es ist so fucking Oh Das war's für heute. Das war's für heute. Kamehamehaaaa Das war's für heute. 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 Die Oma-Sucht? Erinnert mich an Liz. Sorry. Ich hoffe ja, dass Liz dieses Spiel auch mal spielt. Wenn es zu viel dauert, dann kann es sich beeinflusst werden. Und dann endet du so, wie das. Und wo es einer ist, gibt es noch eine andere. Kannst du ihnen helfen? Ich sollte es sein. Da... Sie sollten jetzt alles gut sein. Ich habe die Oma-Sucht aus ihrem System geholfen. Sie brauchen Zeit, um zu retten, aber das ist es für sie jetzt. Du bist okay, Torani? Ich bin okay. Es tut mir viel aus, aber wenn ich etwas tun kann für die Leute machen, muss ich es tun. Ich hoffe, dass alles gut ist in der Stadt. Wir müssen mit meinen Eltern in den Augen. Genau. Ich habe die Oma-Sucht. 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 Das war's für heute. Nein, das wollte ich nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott!